Der Geschlechtsverkehr steht an. Alles klar, ich bin bereits geil. Na dann, an die Arbeit. Ja, an die Arbeit. Zieh dich schon mal aus, dann spannen wir Zeit. Ich stelle den Timer auf 5 Minuten 24. Tatort beginnt viertel nach. Das Schlafzimmer ist sehr sauber. Das Schlafzimmer ist immer sauber. Ich habe bereits eine Erektion. Hier, das Präservativ. Brauchst du die Anleitung? Ich bin Ingenieur, ich weiß wie das geht. Oh. Dann können wir jetzt mit dem eigentlichen Geschlechtsakt beginnen. Jawohl. Sitzpass wackelt und hat Luft. Das ist aber nicht optimal. Stimmt. Da kann man mit Sicherheit noch etwas optimieren. Entweder man macht es richtig oder gar nicht. Wir haben Schimmel an der Decke. Wo? Da. Da muss ich wohl disziplinierter Stoß lüften. Sag mir mal was Geiles. Wenn wir heiraten, bekommst du Steuerklasse 3. Oh ja. So. Hast du ejakuliert? Ja. Ich liebe dich. Ich liebe dich.